Ja, moin, hallo, mein Name ist Katharina Birke. Ich bin CFS-Patientin bei Dr. Ciaia und ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren bei Ihnen, leide aber seit sechs Jahren an CFS und habe auch einige Behandlungsmethoden durch. Und ich möchte gerne mal von der Bio-Physio-Light-Methode berichten. Und zwar fällt mir die ganz positiv auf, da ich direkte Effekte spüren kann. Ich habe starke Schmerzen am ganzen Körper, also Muskelschmerzen, aber auch die Bänder und die Seen tun mir weh. Ich habe schwere Schlafstörungen und auch durch einen Sympathikus-Tonus einen dauerhaft angespannten Körper, der nicht mehr richtig gut relaxen kann. Und jedes Mal, wenn ich die Behandlung bei Dr. Ciaia gemacht habe, spüre ich einen ganz deutlichen Effekt. Also ich habe deutlich weniger Schmerzen, das ist wirklich toll. Und was mir auch besonders hervorsticht, ist mein Schlaf. Also ich kann dann richtig toll schlafen in der Nacht. Und auch mein Körper ist deutlich entspannter. Ja, und ich würde mir sehr wünschen, dass auch andere Menschen, andere CFS-Patienten oder auch andere Patienten mit anderen Erkrankungsbildern von dieser Methode profitieren können. Das wäre echt toll. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.